Das ist Nando, der Typ, der dafür verantwortlich ist, Lamy den ersten Strike zu geben. Nando ist ein spanischer YouTuber. Er macht hauptsächlich Brokeven-Content und hat insgesamt 6 Millionen Abonnenten. Und er liebt Brokeven. Ich meine wirklich, er liebt Brokeven. Lamy hat sogar ein Video über ihn gemacht. Lass uns mal kurz reinschauen. Der brasilianische YouTuber NandoBlogs mit über 4 Millionen Abonnenten hat meinen Kanal gestrikt. Ihr müsst wissen, Freunde, sobald ein YouTube-Kanal 3 Strikes hat, wird der Kanal für immer gelöscht. Und Leute, genau das ist auch Nandos Ziel. Also möchte Lamy, ich meine, also möchte Nando Lamy's Kanal löschen. Er möchte meinen Kanal komplett löschen lassen. Wusste ich's doch, aber warum? Und das, obwohl er ja heimlich einer meiner größten Fans ist, Freunde. Ich meine, Leute, das hier ist ein YouTube-Beitrag von mir, den ich gepostet habe. Und zwei Tage später kopiert ihr meinen Beitrag wirklich eins zu eins. Hm, das bringt mich auf eine Idee. Was ein schöner Beitrag. Bevor es weitergeht, abonniere doch meinen Kanal und like dieses Video. Ein Kommentar wäre auch schön. Schreib zum Beispiel, wie deine Schuhe aussehen. Ja, es geht weiter. Ciao. Und postet ihn auf seinem Kanal. Also er scheint mich ja eigentlich wirklich zu lieben, findet ihr nicht? Danke, dass du geschaut hast. Das war's mit dem wunderfantastischen Video. Like, Abo und unten ist der Link zu meinem Discord.